Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute mal wieder live vor dem Europa-Park. Neueste Videos für euch. Schaut es euch an. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Es ist spät nachts. Ich kann wieder mal nicht schlafen und ich dachte, ich fahre Richtung Europa-Park und nehme euch mit. Schauen wir mal, was Kona Saarweihnacht macht. Und vielleicht noch Rolandika. Kommt ihr mit? Habt ihr Lust? Ich freue mich. Das ist der Teil 2. Vor ein paar Wochen habe ich ja den ersten Teil mit dem Europa-Park gemacht. Auch schaut mal her. Hier ist alles noch weihnachtlich geschmückt. Seht ihr es? Ah, was ist das hier? Wartet mal. Kann man es erkennen? Okay. Ah, schaut mal her. Richtig schön. Alles noch winterlich geschmückt. Ah, da bin ich mal gespannt, was Rolandika bietet. Muss ich nur noch gucken. Ah, sieht das schön aus nachts. Nachts ist es immer ein Erlebnis wie im Europa-Park. Einfach schön die ganzen vielen Lichter. So. Kona Saar. Okay. Da sitzen welche draußen, rauchen die Zigarette, dürfen wahrscheinlich nicht auf dem Zimmer rauchen. Das weiß ich gar nicht. Darf man sie im Hotel rauchen? Ich glaube nicht. Und auch nicht auf den Zimmern. So. Und hier schauen wir mal rüber. Ach, schaut mal her. Sieht das nicht schön aus? So. Dann schauen wir mal bei Rolandika. Geradeaus, jawohl. Alles sogar hier. Hier, schaut mal in der Mitte die ganzen beleuchteten Kugeln. Ist das nicht schön? Ah ja. Dann fahren wir mal hier rechts. Ich glaube, da geht es dann zu Rolandika. Ah ja, da steht es Rolandika. Dann fahren wir mal dahin. Und ich glaube, das ist gerade hier um die Ecke. So. Und rechts abbiegen. Schön. Einfach schön. Totenstill hier, glaube ich. Hier sind noch ein paar Autos. Fahren wir mal weiter. Auch hier winterlich noch geschmückt. Aber schauen, vielleicht steige ich aus und laufe noch zur Rolandika hin. Und jetzt geht es hier rum. So. Dann geht es hier rum. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Okay. Der Busparkplatz, ja klar. Dodoose. So. Und hier wird es jetzt zum Eingang gehen. Seht ihr es? Der Rolandika-Parkplatz. Da, da. Ist zu. Oh oh. Jetzt wollte ich reinfahren. Oh oh. Ich fahre jetzt einfach mal rein. Okay. Der Parkplatz ist natürlich wie ausgestorben. Ich weiß nicht, ob man sieht im Dunkeln. Tote Hose, würde man sagen. Und da vorne geht es rein. Komm, da laufen wir jetzt hin. Habt ihr Lust? Ja. Es ist zwar. Ah. Sehr kalt. Sagen wir es einfach so. So. Dann schauen wir mal. Den park ich jetzt gerade hier. Na, nehme ich euch mit. Oh, das sieht auch schön aus. Winterlich. Ich sehe es schon. Hoffentlich sieht man es. So wartet. Mutter aus. Ich komme gleich wieder. Auto. So. Totenstille. Hört ihr es? Nix ist los. So. Kein einziges Auto. Na ja klar. Feierabend. So. Da gehen wir mal zum Landdicker hin. Oh, das sieht schön aus. Da sind noch ein paar Spaziergänger. Ich hoffe, ihr seht was. Ich film jetzt einfach mal drauf los. Oh, hier ist ein Stein. Scheiß. Shit. Oh, ist das schön. Okay. Gehen wir mal weiter. Da ist schon ein Stein. Ich kann es euch gar nicht sagen. So. Oba. Svens. Oh, schaut mal, wie schön das beleuchtet ist. Das ist ja mega. Und Totenstille. Keine Musik mal. Seht ihr es? Oh, richtig winterlich schön. So. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Treppe. Muss ich nur aufpassen. Hier ist Wasser plätschern. Wie im Urlaub. Wenn man abends am Meer ist. Hört ihr es? Ich bin jetzt mal kurz leise. Passt mal auf. Hört ihr es? Abartig. Okay. Gehen wir mal weiter vor. Oh, hört sich das cool an. Wie im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Ist man sowieso, wenn man zu Rulantica geht. Schön. Oh, schön. Oh, ist das schön. Gehen wir mal weiter. So. Alles noch wirklich schön winterlich. Hier ist Hotel. Corona Saar von hinten. Seht ihr es? Okay. Der Übergang vom Hotel ins Rulantica. Oh, schaut mal her. Oh, schön. Jetzt haben wir schon. Bald Februar. Ist aber alles noch schön. Winterlich beleuchtet. So. Wisst ihr was? Da nehme ich euch jetzt noch zum Wasserfall mit. Was haltet ihr davon? Habt ihr Lust? Ach, ist doch schön. Man hört nichts. Jetzt will ich mal gucken, ob es geht. Schaut es euch an. Oh, schön. Schön beleuchtet. Mal gucken, wie das dann ankommt. Auf dem Film. Ja, dann gehe ich mal zum Auto. Und dann gehen wir noch zum Wasserfall. Oh, ist das schön. Jetzt eine Tasse Tee. Habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich bin einfach ins Auto gestiegen. Okay. Also, dann bist du gleich im Auto. Jetzt bin ich wieder im Auto. Das war jetzt aber wirklich richtig schön. Oh, nee. Ich fürchte es. Da vorne ist die Ausfahrt. Oh, nee. Ah, die Schranke wird schon aufgehen. Oh, nee. Die sind alle rot. Jetzt fangen wir mal langsam hin. Okay. Oh, nee. Die geht nicht auf. Oh, ich fahre nochmal ein Stück zurück. Moment, ich drücke. Hallo, Entschuldigung. Die Schranke geht nicht auf. Ich bin vorhin gerade eben reingefahren. Oh, ja. Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Oh, ja. Sie geht auf. Glück gehabt. So. Dann fahren wir jetzt noch zum Wasserfall. Schauen wir mal, ob der läuft. Ja, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Dann nehme ich euch noch zum Wasserfall mit. Warte, ich steige aus. Ich steige aus. Noch ein bisschen beleuchten. So. So, jetzt gehen wir mal raus. Dunkel, dunkel. Aber jetzt. So. Schön beleuchtet auch. Ich weiß nicht schön. Ganz ruhig. Ne, da sieht man nur meine Füße. Da sieht man nur meine Füße. Ich kann nicht winken. Schade. Das wäre mal was anderes gewesen. Jetzt gehe ich hier gerade mal auf die Füße. Ah, da oben. Achtung. Du mein. Hallo. E-gut's Lächle. Haha. So habe ich noch nie gewöhnt können. Doch. Seht ihr? Haha. Hm, gerne. Atta. Hallo. Du bist der Mensch, der ist im Armkopf. So. Atta, warte mal. Da ist es noch besser. Moment, wo bin ich? Wartet mal. Hier sieht man nichts, gell? Doch da. Hallo. Äh. So. Das war schlaflos Teil 2. Dann sage ich danke fürs Anschauen. Und bleibt bitte gesund. Oder werdet gesund. Und passt auf euch auf. Und danke fürs Anschauen. Oh, schau mal, die Farbe wechselt. Seht ihr es? Martin. ces 139-4-4-63-3-4-5-4-5-5-6-5-4-5-5-5-6-5-5-6-8-5-5-5-5-7-6-6-7-63-6-5-622-6-5 6-6-7-5-6-6.3-6-7-7-6-7-7-6-8-7-7-7-5-5.6-7-6.5-6-7-7-5j7-6 ="7-7-7-7-7-5-5-6-7-7-7.6-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-9-7.